Esamco Entertainment, Trademark, vom Software. Elden Ring, uiihihi, ja, ha, ha, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Elden Ring, uiihihi, ja, ha, 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 ha. Die Information habe ich noch durchgeließt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Die letzten paar Let's Plays habe ich zwar nicht abgeschlossen, aber squeak, was soll es? Dark Souls 3 kann warten. Hiiiiihihi, ja. Ich hoffe, mein Rechner überlebt das. Ich habe soweit die Einstellungen leider auf Minimum gemacht. Für meine Verhältnisse her für ein bestes Erlebnis kam zu sehen. Rechts kam zu sehen. Okay, Moment. Ja gut, das sehe ich da noch. Egal, lasse ich auch 5. So, äh, ja hier bitte. Oh, habe ich Untertitel an? Keine Ahnung, weiter. So, ich freue mich. Ich freue mich schon. War gewohnt, ja hallo, wer bist du? Aha, aha. Aha, ein Vagabund, ein Krieger, ein Held. Okay. Achso, ein Bandit. Ah, ja. Ein Astrologe. Okay. Ein Prophet. Ah, ja. Okay, ein Prophet. Sieht eher aus wie so ein Gerätiker, aber okay. Ein Samurai. Oh, sogar mit Bogen. Okay. Ein Gefangener, okay. Na ja. Solider Helm, würde ich mal sagen. Ein Bekenner. Alter, was hat das? Ich bin bereit. Ich freue mich schon. Ich hoffe, die Schilde, die blocken hundertprozentig. Äh, ein Bettler. Ah, ja. Ich hoffe, der hat ein Twiff aufgenommen. Äh, oh, das war's schon. Ah, es gibt also keinen Ritter an sich. Okay. Der sieht auch so ein bisschen, der sieht so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, kleiner Imperator Palpatine. Hehehehehe. Äh, Gefangener. Na, als Gefangener könnte man, glaube ich, starten, wenn man Bock auf Elder Scrolls hat. Samurai? Keine Ahnung. Hat das vielleicht was mit Sekiro zu tun oder ja mit, na, wie ist das andere Samurai-Spiel da? Nio, glaube ich. Prophet. Astrologe. Astrologe klingt so interessant, aber da kein Schild. Bandit. Naja, der hat ein Parier-Schild. Hm. Helds. Bin Krieger. Der hat zwei verschiedene Schwerter, oder was? Ah, nee, das ist... Ah, nee, nee, okay. Vielleicht in der Fall gab es nicht. Oh, ich weiß nicht, wie die ich nehmen soll. Äh, haben die eigentlich... Die haben den selben Schild, oder? Jo, die haben den selben Schild scheinbar. Oder? Da lag er bunt unter Bekenner. Aha. Nein, haben die nicht. Die sind leicht anders an der Seite. Und hat ein leicht anderer Innentexte, aber egal. Äh, ich will jemanden mit einem Schild. Krieger, also vielleicht dann eher nicht. Den Held. Äh, ich weiß nicht. Nicht so mein Typ, irgendwie. Bandit. Äh, ich bin ja ehrenhaft. Astrologe, klingt so verdammt interessant. Der hat ein Topfdickel als Schild. Alles klar, willkommen bei Tradenquest. Prophet, äh, ist irgendwie heretisch aus. Samurai. Äh, ich weiß nicht, ich bin ja so der Rittertyp. Gefangener. Äh, ich bin eigentlich eher Rechtschaffen. Bekenner. Bekenner sieht auch interessant aus. Irgendwie. So, Magie-mäßig, weißt du? Bettler. Weißt du was? Ähm. Vagabund. Äh. Ein von Vagab- Also, Vagabunde waren ja eigentlich Leute, die, äh, ich glaube, im Krieg ihre Familie verloren haben. Also, von den Eltern aufgewachsen zum Waisen sozusagen, die durch die Lande streifen. Und Bekenner, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock, du als Bekenner zu roleplayen. So, ich weiß nicht, magie-mäßig so. So, gegen den Chaos und so. Ach, keine Ahnung. Äh, okay, wisst ihr was? Darktustrade, da bin ich ja ein Ritter und so, ne? Ich glaube, hier nehme ich mal, ähm, einfach weiter so. Naja, ich mag die Farbe Schwarz und Drobe und Star Wars halt, ne? Äh, darf sie jetzt. Ich nehme den Bekenner. Bitte wählt den, äh, äh, lalalala. Bitte wählt einen Körper aus. Typ A. Okay, mal gucken, äh, wen ich hier für alles bekennen werde. Uh, 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 uh. Oh, es gibt sogar, oh, äh, äh. Nein, es gibt sogar, kann ich den nicht drehen? Nein? Okay. Okay, Stufe 10. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, kann ich zurück machen und mir nochmal den, ja, ja, und mir den, den Dagger Punkten anschauen? Das hat sehr von Schild. Typ A, bitte. Dankeschön. Äh, äh, wieso? Ah. Hm. Der hat eine sehr, so die Rüstung. Ich würde die so mittel, oder, ja, ich würde die eher so mittel, äh, einstufen. Okay, ähm, ich nehme mal den Bekenner und Roleplayer so auf, äh, äh, auf einen mit Religion oder keine Ahnung. Alter Jung, ja, bitte. Ursprung Bekenner. Oh. Ah, ein dritter Verband aus seiner Heimat auf ewiger Wanderschaft, solide Rüstung. So sieht er auch aus. Ein beidhändig bewaffneter nomadischer Krieger, außergewöhnliche Technik. Oh, Prinz auf Persia, oder was? Jo, der sieht halt wirklich aus, wie so ein persischer Prinz. Okay. Held, ein standhafter Held mit einer Streitachs, Nachkomme eines Häuptlings aus dem Östland. Hm, hm. Bandit, ein gefährlicher Bandit, der Schwachpunkte angreift, ausgezeichneter Bogenschützer. Okay. Astrologe, ein Gewerchter, der sein Schicksal aus den Sternen liest. Schimmerstein-Zauberei liegt ihn in Blut. Was hat er denn denn für den Kampfstab? Alter, das sieht so, das sieht aus wie so ein Swat-Dingsbums, so ein Swat-Knüppel-Prophet. Ein Seher, verbannt wegen seiner düsteren Prophezeiungen, bewandert in heilenden Anrufungen. Da kann heilen. Okay, ich bin aber alleine. Ich werde nur mich, glaube ich, heilen. Und der hat eine Brust, falls ich weiß, ich denke das irgendwie gerätig aus. Samurai. Uh, ein geschickter Kämpfer aus dem Schilfland. Das klingt leicht lassistisch, aber okay. Bevorzugt Katanas und Landbögen. Ne, ich hatte schon. In Dark Souls 3 bin ich ein Ritter. Hier nehme ich mal was anderes. Gefangener. Ein Gefangener mit einer eiserne Maske Eiergut gedeutscht. Vor seiner Verurteilung gehörte er zur Elite und studierte Schimmerz... Äh... Bernstein am besten noch. Bernsteinzimmer. Nein. Äh, Schimmersteinzauberei. Ich glaube, das ist ein S-Talk. Irgend so ein Kampfstab. So. Äh... Bekenner. Oh. Oh, Kacke. Ein Spion des Klerus. Verwirrt in Schwerttechniken und Anrufungen. Äh, ein Spion des Klerus. Och, Mann, und ich wollte einen auf Bekenner machen. Aber gut, vielleicht... Bin ich ein Spion, der... So tot, als wäre er ein Spion. Keine Ahnung. Bettler. Ein armer Teufel. Nackt wie am Tag seiner Geburt. Eine Keule ist alles, was er besitzt. Eine Keule ist scheinbar auch alles, was er braucht. Okay. Bekenner soll es sein. Mögen wir die Ungläubigen zum Gläubigen machen oder, keine Ahnung, Andenken. Oh, was gibt's denn hier? Keine Andenken. Die Vergangenheit ist ein für alle Mal vergangen, als ob ich schon wieder tot bin und wieder auferstehe. Rotes Bernstein-Bedeutung. Ich hab ja vorhin das Bernsteinzimmer erwähnt, ne? Ähm, ja, meine Gabe steht mal wieder zu. Äh, ich möchte... Vorab, äh, anmerken. Ich hab mich in keinster Weise spoilern lassen. Alles, was ich weiß, ist das, was ich im Network-Test, wo ich so um die Ecke irgendwie reingekommen bin. Äh, alles, was ich da gesehen habe, weiß ich. Okay. Ein Medaillon mit rötlichen Bernstein erhöht die maximalen LP. Ach, das ist der Lebensring. Das Äquivalent. Das Äquivalent. Das Äquivalent. Egal. Zwischenlandruhne. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Ruhne zu erhalten. Nein. Goldene Saat. Ein goldener Samen. Treibgut aus dem Zwischenland. Verstärkt angeblich Heiligflaschen. Okay. Asche der Vampirwichte. Okay, das wird jetzt interessant. Die Asche winziger Golems. Angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Oh. Gesprungene Töpfe. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Okay. Steinschwertschlüssel. Zwei Steinschlüssel in Schwertform. Eben Siegel von Lichtstatuen. Auf können jedoch nur einmal verwendet werden. Okay. Betörende Äste. Sind ein Lichtstatuen. Fünf heilige Äste erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von dem Halbgott Miquela. Das sind diese Versteckäste wie in Dark Souls 3 und gekochte Garnelen. Fünf Portionen gekochtes Garnelenfleisch. Erhöhte Resistenz gegen körperlichen Schaden. Oh. Schabrieres Kummer. Irres Antlitz eines Adeligen, dessen Augen herausgerissen wurden. Zieh die Aggression vom Feind an. Ja. Nein. Rotes Bernsteinmedaillon. Yes, please. So, Grundvorlage auswählen. Oh, okay. Das gängigste Ansitz der Befleckten. Sie waren schließlich alle einmal Krieger. Krieger. Aha. Wahrheitspilger. Das Ansitz eines genügsamen Pilgers. Viele Wege führen zur Wahrheit. Okay. Oh. Hat gerade geleckt, aber okay. Das Ansitz eines genügsamen Pilgers. Viele Wege führen zur Wahrheit. Aristokrat, ich hoffe, der Unname lädt nicht. Ein Edelbesitz der Asien aus dem Schnaz. Hallo. Ah, da lädt gerade. Okay, ich warte mal. Bing, bing, bing. Hallo. Ah, ja. Okay. Machen wir mal weiter. Ein Einzelgänger. Ein Anlöser. Oh. Das ist einfach so, was manche sagen. Ketzerei. Der Gesellschaft der anderen Volzien. Volzien. Okay. Nordländer. Ein Oha. Oha. Okay. Ein Antlitz der rauen Völker des harten Nordens. Manche behaupten, sie würden von Riesen abstammen. Ein Matose? Das Antlitz eines Matosen, der das Zwischenland auf der Suche nach deiner Heimat durchstreift. Dem Meer oder was? Schilfländer. Ah, ja. Konnichiwa. Ein Antlitz aus dem weit entfernten und isolierten Schiff... Äh. Schilfland. In dem Blut ein alltäglicher Anblick ist. Okay. Draconier. Äh. Oha. Okay. Ein Antlitz der Drachenjünger. Deren Leben oft sehr kurz ist. Okay. Nachtvolk. Äh. Silbersurfer, bist du das? Das filigrane Antlitz des Nachtvolks. Laut einer Legende flossen der Vorzeit Silber durch ihre Adern. Ich habe den Text noch nicht gelesen und schon Silbersurfer gesagt. Okay. Meine Gabe schlägt wieder zu. Numenvolk, das Gesicht der Numen, dem angeblich Nachkommen eines anderen Lands. Wann lebe ich, aber selten? Ich weiß nicht. Nehme ich einen Krieger? Einen Wahrheitspilger? Wie geht der aus? Okay. Einen Aristokraten? Ah, ja. Einen Einzelgänger? Einen Nordländer? Na? Hallo? Ah. Einen Matrosen? Einen Schilfländer? Einen Draconier? Einen, äh, ein Nachtvolk? Oder ein Numenvolk? Ich glaube, ich gehe mit dem Krieger. Oder? Da scheint am neutralsten zu klingen. Oder? Nehme ich eine Einzelgänger? Äh. Wessen Beschreibung gefällt mir am besten? Mhm, 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 mhm. Ich nehme den Krieger. Oh. Verliertes Aussehen. Yes, please. Alter, Junge. Stimme. Oh. Ich würde die gerne hören. Nein, nix. Nix. Okay. Junge Stimme 1. Hautfarbe ändern. Oha. Da gibt es ja nur viel mehr als ein Dark Souls 3. Äh. Äh. Okay. Warte mal. Ich habe ja hier, ich bin vorbereitet. Ich habe hier meine Hautfarbe. Äh, was heißt die Hautfarbe? Ich habe hier mein Video aus, äh, äh, mein, mein, äh, die Folge 0 von Dark Souls 3. Ja, wo hatte ich da die Hautfarbe? Da ist die Hautfarbe. So, was hatte ich denn? Ich sah ungefähr, äh, 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 okay. Kann ich hier ran, ich kann ranzoomen. Na ja. Na ja. Ah. Okay. Äh, äh, alter. Äh, äh, temporäre Farben. Äh, na, wie sieht er aus? Äh, wow. Nee, Mädchen. Nee, ach, Mann, ich wollte gerade, dass ich nie glückchen... Ah. Äh, äh, äh. Ähh, nee. Oh, das sieht gut aus, glaube ich. Das sieht auch gut aus. Ha. Oder das? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme das. Okay. Gesicht und Haar ändern. So, was gibt es Neues? Gesichtszüge an Hill. An Hill? Nein. Ah, ja. Ich sehe schon. Alles sehr detaillierter. Genauer. Detaillierter. So. Noch eine Struktur. Oh. Okay. Aha. 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 Okay. Hm. Ah. Cool. Ich gehe das so auf. Hm. Aha. Ah. Hm. Ich meine, Sie misst. Hm. Hm. Ja, deine Augen gefallen mir am besten, ich glaube, ich bin den. Gesichtsraum, und Kantik, oh, okay, was hat sich gewechselt? Alles klar, oh, oh nein, alles klar, I see what you did there, okay, nö. Hm. Hm. Okay, scheinbares Alter, 205, glaube ich. Hallo? Hallo? Ah, okay. Aha. Jung. Hm. Irgendwie, der sieht irgendwie so platt aus dem Gewicht. Was hat sich geändert? Okay. Sieht besser aus, tatsächlich, finde ich. Ich finde, das sieht am besten aus, aber die Nase ist noch nicht so ganz mein Geschmack. Okay. Ohne werden verboten. Nee, ich will speichern, dann kann ich... Muss ich Enter drücken? Nein. Ach, E. Okay. Gesichtsästhetik. Aha, hört, hört. Mach's gut. Mach's gut. Okay. Bin ich mal gespannt. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Das sieht gut aus, glaube ich. Nein. Okay. Hm. Uh-huh. Uh-huh. Ich glaube so, oder? Ich glaube so geht von 80. So. Was jetzt? Zurück. 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 Ah, ja. Gesichtsästhetik. Das hatten wir gerade, oder? Nein. Wo hatten wir das unterste? Ah, ja. Gesichtsstruktur. Gesichtsästhetik. Oh, jetzt geht's los. Nasengröße. Nasengröße. Oh, ja. Oh, ja. Ach, breit. Äh, nein. Äh, mal. Äh, was für Hölle? Hä? Wieso? Wieso verändert sich das gesamte Gewicht? Hä? Okay. Aha. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein, nein, nein. Nein. Äh... Hm. Hm. Oha. Hatte ich hier... Warte mal. Hatte ich hier irgendwas bei der Nase gemacht im Video? Äh... Will ich denn schon dort? Ah. Ah. Okay, folgendes. Äh... Das Gewicht lassen wir voraussichtlich erstmal. Äh... Machen wir mal weiter mit... Äh... Oh Gott, wie viele... Äh... Oha, das wird eine längere Folge. Ah, genau. Fangen wir mal da mit an. Was gibt's Neues? Interessanter schädlich. Sieht aus wie so ein Eierkopf. One Punch! Okay. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Ah, okay. Und das ist ja cool. Äh... Guck mal, hast du ein... Was ist mit deinem Nacken, Diego? Äh... Ah... 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 Deine große Stirn. Nope. Nope. Äh... Äh... Nein. Äh... 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 Hans Solo bist du das? Nein. Das hier... Das sieht aus wie Hans Solo. Oh Mann. Äh... 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 Ah... Ah... Ich hab's ein bisschen anderes Haar... Ein bisschen mehr Haar, oder so. Mmmh... Space Captain Harlock... sonst weiß ich wie du aussiehst. Ahm... Ahm... okay die ganzen frisuren sind nicht so mein ding welche sieht am vernünftigsten aus du siehst aus wie so ein hauptcharakter aus dem spiel die korsaren ist das glaube ich und piraten spiel mit eigenem schiff und keine ahnung was die frisur sieht am anständigsten aus würde ich sagen nehme ich die ach komm warum nicht haarfarbe so jetzt kommt das interessante wie weit die haarfarbe okay richtig schon gut aus welche farbe ist denn das hmm 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 Uh-uh, oder? Oh, 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 hi, oh! Ah, nein, ich glaube, es ist... Ich glaube, ich nehme die, oder die, doch, warum, ja, gut, so glanz, äh, eigentlich nicht, Alter, da kann man, da kann man ein paar Silisken umbringen, ich nehme, glaube ich, das ist, ja, gut, eh, eh, Wurzeldunkelheit, ach, verheilige, oh! Ich glaube, so hier, jo, ich meine, macht ja nicht wirklich Sinn, meiner Meinung nach, was heißt es, Haar? Oha! Ah, da, 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 ho, ho, ho! Hier, so. Mach keinen Geralt. Äh, gut. War's das? Das war's. Äh... Zurück zu den Gesichtszügen. Äh... So, Struktur meine ich. Dometrie. Maßengröße. Oh, jetzt kommt das Interessante. Äh... Ach, das stimmt, ja. Hm. Äh, ich... Das ist das, glaube ich. Ja, bitte. Na, das ist ein Sturmverhältnis. Was ist das? Äh, okay. Hm. 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 wo man das rücken gefällt mir nicht so wirklich Ich lasse es mal auf 130. Wo steht das Gesicht? Oha, Convex, Concarve, Filter. Aha. Aha. Okay. Oh. Okay. Ich check mal ganz schnell die Temperatur. Ja. Ein Moment. Oha, okay. Äh, so. Auf Damm läuft gut. Ah, schon mehr als eine halbe Stunde. Ich habe vergessen den Wecker zu stellen, äh, den Wecker, den Timer zu stellen. Egal. Äh, vorsteht ihr das Gesicht Concarve oder Convex? Ich weiß nicht. Ich mach mal auf 80. Äh, TK des Verhältnisses, was heißt das denn jetzt? Oha, okay. Okay. Und eher. Äh, ich weiß nicht. Oder? Äh. Oh, ja. So scheint mir ganz in Ordnung zu sein. 110 soll es sein. Okay. Gesicht zu... Zugneigung. Achso, Gesichtszugneigung. Okay. Mal gucken, was das macht. Äh. Okay. Aha. Ich weiß nicht. Und wenn du schlussert das macht. Ich mag selbst. Ich mag einfach. Ich mag sein. Ich mag das. Ich mag sein. Aber ich schlussert das. Okay, ich mach mal so. Horizontales Verhältnis. Ähhhhhh. Ah. Nein. Es sieht doch normal aus. Gegermaßen. Hm. 204 soll es sein. Okay. So. Ähh. Stirn. Na, Bella. Ah, jetzt kommt die Stirn. Ähh. Ich kenne es endlich schon ganz gut aus. Guck. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sollte dafür vielleicht die Frisur wegmachen. Ähm. Ah. Ja, so. Ähh. Jetzt. Ah. Ah. Okay. Aha. So scheint die Rücken zu sein. E. Vorstehende Stürme. Ähh. 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 Nein, das sieht aus, als hätte man mich ähh. Ähh. als Kleinkinds verfallen gelassen. Hallo? Achso, da. Ähh. 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 So war schon okay. Das war schon eigentlich ganz gut. Nasenrückenhür. Na, endlich. Kommen wir mal zur Nasen. So. Dass da immer das halbe Gesicht mit da mit ändert, ne? Ich glaub das ist vorstehender Rücken. Konkarf, Konvex. Aha. Was heißt das? Ah. Aaaaaha. Hm. 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 Warum sind deine Augen zu groß? Ah. Ah. Mann. Mann. Ne. Ähh. Ähh. So. Gleich mal. Ach. Mann. Hm. Ich hab los genug. Gut genug. So. Jetzt hier. Wo steht der Rücken? Zwei. Ähh. Hm. Hab deine Nase. Ähh. Ähh. Okay. Okay. Aha. Gösterbys, weh. Ähh. Ähh. Nein, 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 nein. Die Nase sieht so jetzt, ich glaub das, ganz gut aus. so nasenrücken breit na endlich jetzt kommen wir ja ja das ganze gewicht verschwindet mal wieder sieht traurig aus ja warum nicht wo raunenwünscht Aha. Hmm. Brauen Wulst innen. Jemand hat mir in die Hüttel geschiebt, geschabert. Okay. Ah. Hm. So. Ich glaub, so geht die Ordnung, oder? Äh. So. Brauen Wulst außen. Ah, ja. Hm. Nope. Oh, Mann. Die Charakterstellung ist hier auch mal wieder heilig. Äh. Das sieht ganz in Ordnung aus. So. Augen. Okay. Jetzt kommen wir zu den Augen. Yay. Äh. Der Dark Souls 3 Charakter hatte er... Na ja. Vielleicht breiter Augen. Nein. Äh. Warum, warum verhindert sich die Nase nicht? Das stört mich so leicht. Äh. Da, da lass ich mal. Dann mach ich nix. Augen in Größe. Ähm. Notis mi Senpai. Nein. Äh. 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 The Trap? Nein. Okay. So. Hm. 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 Ich glaube, Pronouns ist gut. Dann Augengröße. Nein. Ah. Hm. so hier wo ich hier scheint okay zu sein 112 ok augeneigung man dass das halbe gesicht immer ha 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 so hier oder oder doch das waren die augen nasen rücken ach du heilige es hat die ok ah 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 Okay, so sieht's, so sieht ganzen, oh, so mag ich, so ist gut. Das ist schon so in Ordnung, ich glaube, ich bin zufrieden mit meiner Nase, ich weiß nicht, steht die ein bisschen weiter vor, Nasenposition, so. Ah, Mann, sieht doch schon wieder anders aus. Ne, das weiß ich auch, Nasenspitzenhöhe. Ah. So ist ganz in Ordnung. So, wo lasse ich das, vorstehende Nase. Ui, äh, ha? Ne, das halbe Gesicht verformt sich dann schon wieder. Ach, ich bin zufrieden mit deiner Nase, Nasenhöhe. Ach, ich bin zufrieden mit einer Nase, Nasenhöhe. Ach, ich bin zufrieden mit einer Nase. Ja. Mhm. lasse ich auch mal so das war die nase augen nasenrücken nasenlösch echtes nasenlöscher ja nasenlöscher auch sich aus wie eine hexe aus neinkraft jetzt sehe ich hochnäßig aus hahaha badabumtsch und war auch schon okay oder ich mach mal so wie groß sind meine nasenlöscher ach du heilige ich hab was anderes erwartet aber okay oh alter voll der pinocchio ist doch ganz okay da ist noch breiter ach das ist die ok ok ich mach mal 169 so jetzt kommen die wangen ja die wangen ach so ich hab schon wieder die augen verformt ist doch wohl blick ich kann noch in tiefe mhm sah so schon ganz gut aus ja doch geht's mhm mhm Nicht, dass ich hier einen Gigachat plötzlich nachmodelliere. Ich lasse mal erst mal. Ah, das ist die Einstellung. Jetzt haben wir es. Mhm. Okay. Okay. Ja, doch, in Ordnung. Zu Lippen. Hm, jetzt, wie sehen die Lippen aus? Komm her, du. Äh, okay. Lippen vorne. Oh. Okay. Ich bleib mal. Ja, ich bleib mal. Mundausdruck. Ah. Okay. Okay. Ah, ich weiß nicht. Glücklich sieht doch ganz gut aus, eigentlich. Ja, ich glaube, glücklich ist ganz okay. Ich bin fülle. Hm. Ah, geht's doch. Lippen große. aha aha äh nein nein so ist schon gut genug vorstehende lippen konkar korreks naja okay genau wir machen am besten hier noch hänz und tadeos nach die tippe war schon okay okay äh lippen und vorstehender bunt und das ist doch ganz gut oder er sieht da traurig aus ich bleib dabei und neigung nach unten sieht der mund eigentlich normal aus ich mach mal das zahnstellung ich lass mal mundposition das ist schon gut genug und bereits das ist schon gut ich habe einen tippen maul man 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 äh Aaaa... Hm... 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 Oh, ist doch in Ordnung. Mund-Kindestanz... Was ist das jetzt? Ah... Alles klar. Hm... Hm... Ah, so sieht in Ordnung aus. So... Kin... Kin-Spitzen-Position. Du... Eigentlich schon ganz in Ordnung. Kin-Länge. Hm... So... So... Ha... Nein... Es sieht da langsam aus wie der Giga-Chat. Das darf ich mal lieber. Oh... Okay... Huh... Hm... Oh... Lass ich- Kein Größe. Das ist auch lieber. Keine Höhe. Nein. Nein. Ich bin bereit. Oha. 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 Hmm. Okay, oder? Ah, ich glaube nicht. Hmm. Kiefer. Vorstehender Kiefer. Oha. Okay. Oha. 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 so kieferkontor das heißt das jetzt Kieferkontor das heißt 2 kieferkontor das ist so kieferkontor das kieferkontor das ist so die 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 ein kieferkontor das ist hallo anzor Augenbrauen. Jetzt geht's los. So, wie viel gibt's hier? 17. Mhm. Äh. Hm. Äh. die sehen ganz gescheit aus frauenfarbe ich nicht hier irgendwas Ist das die Fahrt nur hier? Scheint so. Das ist ja cool. Okay. Glanz. Nein. Ja, genau. Ah, okay. Okay, das ist cool. Okay, dann waren das die Brauen. Die Brauen sind fertig für Lichtbehaarung. Bart. Ich hab... Es gibt... Echt? Hm. Cool. Cool. Okay. Hm. Hm. Hmm Yo ho 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 und ne Bulle voll rum Alter, sieht voll aus wie ein Han Solo Oh man, ein Star Wars Vort wäre super Hmmmm Meine, ich will Han Tummen Zeig mir deine Haare Geht das so? Hmmmm Das kommt mir irgendwie zu wenig vor Ich glaube, hier ist das Hallo? Ich glaube, hier ist das tatsächlich besser Wachtfarbe Ahhhh Ja, okay, cool Stoppeln Stoppeln Ah, hier sind die Stoppeln Was ist der Unterschied? Ah, ich mach das Das sieht wie Rainer aus Okay Ähhhh Wacht Ja, okay Dann Haaraugenbronn Gesichtsbehaarung Ah, das war das Haaraugenbronn Genau Wimpern Echt? Wimpern Wimpern Ich glaube, ich nehme die drei Ich nehme die drei Damit meine Wimpern überhaupt nichts Ah, ich nehme die drei Wimpernfarbe jetzt augen ok ihres kürze ihre farbe die rechte sauge ok ok ja das sind ja coole leuchtende augen gibt es gelbe ja so witzschau ok da sind die voll leuchtend wie folgt juwel alter wie cool hey ich bin mit jennifer verhandelt ich bin mit jennifer verwandelt war mein bin ich nicht was die leuchtend die bis zu leuchten oder kann man das einstellen Prozent das ist wir haben die alles klar nope trübungsfarbe ich weiss das jetzt keine ahnung um das augenweißfarbe oh oh del alter hätte ich mal johanna geraucht ok Lalalala. Okay. Okay. Nee, äh, lass ich lieber weiß. Äh, ich lass das weiß, ja. Wo ist die Kuh-Tasse? Da ist sie. So. Was ich doch weiß, jawohl. Äh, Augenposition. Bäh. Bäh. Okay. Bäh. Näh. Mann, kann ich echt nicht weiter ran zoomen? So, ich lass das mal. Oder? Ja, wir mal. Ich will, dass die gerade schauen, wie normal auch. Äh, 255, die Hälfte davon ist, äh, 125, 125. Äh, 100, 129 ungefähr. Äh, äh. Äh, äh, ich weiß nicht, was sagt mir der Rechner? Hoch, hallo, ah. Äh. 255 durch 2. 127,5. Äh, echt? Warte mal. 255, 100, 25, 125. 25. 5, 9, äh. 25, 5, da klingt okay. ich brauche 127 dort jetzt bin ich mal aber hier gespannt alles klar weiß der helft und ist selbst als kollegen sich das ausdruck ein bisserl oben oder schatzi wo ist das letzte kuchen stück dass ich mit zur seite gelegt habe ja you are dead so 200 200 ist gut gut das waren die augen jeder aussieht mein charakter aus dark souls 3 ich hoffe mal gut genug würde ich sagen haut details so toren was ist der unterschied aha die geschlossen würde ich mal sagen hautglanz ja nicht so dunkle schatten die augen die augen so gut unterlaufen ach du heidi geht's nein so oder der hat keine schatten der ist gesund aber der dunkle schatten als ob mich oder was jetzt kommt die kosmetik okay ich sehe aus wie so ein du rocker fan da hoffentlich nicht federmäusen den kopf abbeißen äh ich lass mir lieber äh 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 büah gänsehaut äh ich fass mal halt lippenstift bitte was alter gar kein lippenstift was zur hölle gar keine kosmetik alles natürlich alles naturell sagt ich so jawohl geht doch 0 0 0 0 0 0$ zu tattoo zeichen augen kaputt okay tat Beyonce ha ach oh okay das wird ganz cool verstreifen das katzenohren oder keine ahnung so aha 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 wo war ich hier ne ok ok ist das elfisch keine ahnung oha ist das nicht die sonne aus dark souls was zur helle warum ist die hier also was heißt diese sonne dieses dieses zeichen da die prinz der zeichen oder keine ahnung ist vielleicht nur eine anspielung an hobson das ist ja cool soll jetzt nicht gedacht er erinnert mich an irgend wen doch gut zeigt okay aber keine nahe Ähnliches Gesicht Ich habe Angst darauf Ähnliches Gesicht zu jetzigen Reden Nein Ich habe Angst darauf Das lasse ich über So weit bin ich Tatsächlich ganz zufrieden Ist doch besser geworden als Es anfangs aussah Ich hoffe man sieht die Ähnlichkeit Zwischen dem und meinem Dark Souls 3 Charakter Na gut Okay War es das schon? Was ist mit dem Körper? Oh noch Gesicht Ah ok Jetzt kommt Körper in den Jawohl Kopf Jetzt kommt das interessant Der Körperbau Äh So Für die Mädels Oh ok So Für die Jungs Oh also Für die gewissen Jungs Ähm gut Äh Kopf Körperbehaarung Ich sehe nichts Moment So bitte Äh Äh Ein bisschen Na ja Na ja So Äh Kürb Struktur Muskulatur Oh Ach du heiliger One Punch Hm Wie habe ich meinen gemacht eigentlich So, ich habe nochmal nachgefüttet. Ich nehme das da. Normal war das Körperhaarfarbe wie Haar. Ja, wie Haar. Was macht das? Nein. Äh, nein. Ah. Das ist alles auf, alles ist auf 128. Okay. Äh, hier war das die 138. Äh, das war 192. 192 war ja alles, okay. Okay. Meine Trägen. Ah, ungefähr. Okay, dann. Äh, gut. Das war es schon. Hä? Okay. Äh. 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 Ne, eins. Machen wir auch nicht. So. Ja, das Favorit Speichern. Das war es schon. das ist ich gut ernährt ja okay dann cool jawohl sieht solide aus also sieht voll cool aus irgendwie ich habe diese ich weiß nicht nicht so wirklich assassin's creed vibes aber ich weiß nicht das erinnert mich so an irgendwas ich habe nicht viele abenteurer spiele gespielt oder schwer sieht aus wie aus skyrim also abenteuerspiele wie was gibt es denn da okay mir fällt gerade keiner ein okay egal dann hier das ist dann er so weit ja gut dann würde ich sagen ich glaube das war dann die charaktererstellung bevor es weiter geht beende ich hier nochmal die aufnahme schaue wie sie geworden ist ja drückt mir die daumen danke fürs zuschauen und am selben tag kommt die folge numero uno keine die sorge auf wiedersehen und gehabt euch wohl